Tega, dann lasse ich den mit dem Bagger holen und in die Presse werfen. Man, das ist halt alles so richtig ölverschmiert. Ja, der gute Arter hat sich das Auto soweit angeschaut und meinte, das ist höchstwahrscheinlich. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video aus Tazos. Wasserspiele-Paradies. Hallo. Ich werde jetzt damit anfangen, meine Geräte noch ein bisschen zu reinigen. Nach unserer Hochwasserkatastrophe hier. Ich habe mir ein bisschen Isopropanol organisiert, also 99%igen reinen Alkohol. Damit werde ich jetzt die ganzen elektronischen Teile und die Platinen und so einschmieren, weil das verdrängt ziemlich gut Wasser und dann nochmal alles ordentlich trocknen, bevor wir die Geräte erstmalig anstecken und schauen, ob noch was zu retten ist. Das ist jetzt erstmal meine Aufgabe für die nächsten Stunden und dann erwarten wir nachher noch den Gutachter für den E36. Mal schauen, was der sagt. Ich lege mal los. Lüfter neu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber ich bin schon mal froh, dass das Schweißgerät noch geht. Das ist schon mal ein Wehmutztropfen. Aber guckt euch mal hier an. Das ist das Öl vom Kompressor. Das sieht mehr nach Schlamm als nach Öl aus. Da kommt jetzt morgen jemand vorbei, der sich den Kompressor anschaut. Und mal testet, ob man ihn von Hand noch durchdringen kann. Und so, weil auch selbst da die ganze Elektronik oben mit Matsch voll gewesen und so. Das werde ich nachher auch noch ein bisschen abreiben mit Isopropano, weil er halt komplett auf der Seite lag im Wasser. Mal gucken. Der Gutachter von mir, 36, war jetzt in der Zwischenzeit auch da übrigens. Ja, der Gutachter hat sich das Auto soweit angeschaut. Und meinte, dass es höchstwahrscheinlich ein wirtschaftlicher Totalschaden halt sein wird. Weil halt die ganze Elektrik mit abgesoffen ist und so. Ja, und wie viel Geld dabei rausspringt. Und wenn es ein wirtschaftlicher ist, hängt dann davon ab, wie die Vergleichspreise von den Autos aktuell sind. Und sonst ist es ein 320i Coupé. Und dann schauen die auf den Markt nach 320i Coupé mit ähnlicher Ausstattung. Und wenn ich besondere Umbauten habe, für die ich jetzt noch Rechnungen finde, sprich Fahrwerk oder so, dann gibt es da einen kleinen Aufschlag noch dafür. Aber im Endeffekt hat er gemeint, ich soll froh sein, wenn ich 5000 Euro bekomme. Jetzt muss ich noch mit der Versicherung noch mal telefonieren und fragen, ob ich jetzt endlich anfangen darf, das Auto zu zerlegen. Weil der Gutachter ja da war. Weil wenn nicht, dann lasse ich den mit dem Bagger holen und in die Presse werfen. Muss man noch ein bisschen rumtelefonieren. Weil ich kann jetzt auch das Auto bei mir nicht zerlegen, komplett. Und alles aufhängen überall und verteilen. Wisst ihr, wie viel Zeug aus so einem Auto rauskommt? Das ist unglaublich. Und beim Uwe ist auch der ganze Teppich nass. Also ich habe vorher noch mal unter die Fußmatten reingeladen. Hinten wie vorne, der ist komplett nass. Das heißt auch da Sitze raus, Teppich raus. Hinten Kofferraum alles raus. Trocken legen, Teppich raus. Abkärchern, aufhängen, trocknen lassen und so weiter. So, das werde ich wahrscheinlich hier machen. Da muss ich gucken, ob irgendein Kumpel vielleicht Zeit und Lust hat, dieses Auto komplett zu zerlegen. Das Auto muss auf eine Bühne. Zündkerzen raus, Öl ablassen. Von unten mit einem Heizstrahler das Auto anblasen, dass das Wasser aus dem Motor verdampfen kann. Dann mal langsam von Hand durchdrehen. Zwei, drei Öl wechselt, dann könnte es vielleicht gehen. Aber Fakt ist, es ist so unglaublich viel Arbeit. Dann habe ich noch den ATP E36, um den ich mich kümmern muss. Die S14 habe ich noch gar nicht wirklich angeschaut. Das ist ein einziger Bruch einfach. Jesus Christ. Ja, wird sich zeigen in ein paar Wochen, wie viel ich tatsächlich von der Versicherung bekomme. Aber ich rechne jetzt mal nicht mit so viel, dass es für einmal restaurieren reicht und die Teile, die kaputt sind, erneuern. Mann, das ist voll deprimierende Stimmung hier. Das ist, nee, wir vergessen einfach, dass dieses Auto hier steht. Ich schaue mal, dass ich einen Kompressor oder so organisiert kriege, dass ich meine Montiermaschine reinigen kann. So, ein weiterer Arbeitstag beginnt. Wie gesagt, kein Kompressor da. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich ihn nachher organisiert bekomme. Aber Rio 1, jetzt mal den E36 hier weg. Der Gutachter war da. Die Versicherung hat gesagt, ich kann anfangen, das Auto zu zerlegen. Das werde ich jetzt schnellstmöglich tun, damit jetzt nicht noch wirklich das Ganze anfängt zu schimmeln. Wobei, wahrscheinlich sehe ich auch schon zu spät. Ich habe hier jetzt gerade den Anhänger geholt mit Seilwinde. Da werde ich dann gleich mal schauen, ob ich das Auto irgendwie allein hier rüber geschoben bekomme. Erstmal von den Rädern runter. Ja, und dann transportieren wir das Auto zu Uwe in die Halle. Also zu meinem Kumpel Uwe. Nicht mit dem Auto verwechseln. Weil den Uwe, das Auto, werde ich womöglich hier zerlegen. Ich habe nur noch kein Strom. Hebebühne geht nicht, was auch immer. Keine Druckluft, nichts da. Und beim Uwe in der Halle ist mehr Platz. Und der hat Werkzeug und alles. Und dann kann ich da mal das Auto jetzt scheißmöglich zerlegen. Ja, schauen wir erstmal, ob man den da wegbekommt. Ich bin immer noch ausgelockt von den letzten Tagen. Ah, schön schlammig. Kommt langsam aus der Abgasanlage das Wasser, hm? Wir sind da. Und es geht schon wieder los. Why? Why, why, why? So, hier haben wir erstmal unsere Bleibe für die nächste Zeit. Jetzt können wir mal alles zerrupfen. Hier in der Halle kann man dann auch schön einheizen. Mit einem AP-Tools-Ofen. Alles aufhängen. Teppich mit dem Kärcher runterstrahlen. Dies da ist Ananas. Fangen wir mal an. Fangen wir mal. Masse. Die hinteren Schrauben vom Sitz sind schon offen. So, bitte. Fahr. Ja. Ja, es fährt. Nicht schnell, aber es fährt. Batterie ist auch fast leer. So, ich habe jetzt hier mal... Den Teppich hingelegt, den wird man ja zum Hochdruckreiniger nochmal richtig abstrahlen, dass der Matsch und alles rausgeht. Mir wäre es tendenziell sogar lieber, wenn ich einen neuen Teppich kaufen könnte. Aber es hängt halt davon ab, wie viel von der Versicherung rausspringt. Weil der ist halt hier schon eingerissen und es ist im Sichtbereich, also nicht unter der Abdeckung. Diese Halterungen, wo die Fußmatten festgemacht werden, da sind auch schon zwei ein bisschen ausgerissen. Also der Teppich hat schon viele Jahre auf dem Buckel. Und tatsächlich gibt es den Teppich in dieser Ausstattungsfarbe noch neu zu kaufen. Allerdings für sportliche 1200 Euro. Das heißt, ich mache den jetzt mal sauber, bringe den dann zum Trocknen. Werde ich in eine lokale Biogasanlage fahren und den damit hinhängen, weil da ist es schön warm. Und der braucht ansonsten Wochen, bis das Ding trocken ist. Ich meine, das ist richtig dicker Stoff hier. Legen wir mal los mit der Drecksarbeit. Der braucht drei Wettertaff, wenn man Dreck aus dem Teppich mit Wasser hat. Boah, das ist schwer. Ach, das ist richtig. Das Wasserbett ist schon mal im Kombi. So, dann hängen wir das Ding mal zum Trocknen. So, die Teppiche sind jetzt beim Trocknen in der Biogasanlage. Ich habe inzwischen hier aus Uwe auch den ganzen Teppich und die Dämmmaterialien und alles raus. Hat schon das Wasser angefangen rauszusaugen. Hier ist jetzt noch so ein bisschen feucht, weil ich das auch schon mit Isopropanol eingesprüht habe alles. Und ich sage es euch, das ist gar kein Spaß, beim E39 den Teppich auszubauen, ganz ehrlich. Ihr seht hier in der Mitte noch, ist der Teppich noch vorhanden, genauso wie da hinten. Der geht nämlich komplett unter dem Armaturenbrett durch und müsste alles hier komplett rausbauen, um den Teppich in einem Stück rauszukriegen. Ich habe den jetzt hier an der Kante schön abgetrennt, sodass, wenn der Teppich nachher wieder drin ist, die Abdeckung über den Schnitten ist. Also man sieht die Schnitte nachher nicht, wenn es wieder zusammengebaut ist. Aber bevor ich mir das antue, alles zu zerrupfen, das ist so schon Arbeit genug. Vor allem, wenn man das Ganze bei zwei Autos machen muss. Das ist nämlich ein ganz schöner Haufen an Innenverkleidungen, was da aus so einem E39 rauskommt alles. Ich hoffe tatsächlich, dass ich das alles wieder zusammenbringe. Jetzt müssen wir erst mal ein paar Tage warten, bis die Teppiche trocken sind. Es dauert nämlich ziemlich lang bei so dickem Stoff. In der Zwischenzeit fahren wir mal wieder zum E36 rüber und fangen an, den weiter sauber zu machen. Ich nehme mir hier noch so eine Bottle Alkohol mit, ein bisschen Isopropanol. Und ich glaube, wir fahren heute Motorrad. Ich habe langsam keinen Bock mehr auf Sprinter fahren. Ist zwar ganz cool, wenn man viel transportieren kann, aber wir fahren jetzt einfach Motorrad. Ich hole schnell meine Sicherheitskleidung und dann fahren wir wieder zum E36 rüber. Ich gehe jetzt mal an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Wasser im Auto loswerden zuallererst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind wieder beim E39, ich habe jetzt gerade vorher die Teppiche aus der Biogasanlage geholt vom Trocknen. Die sind wirklich staubtrocken, erst rein fünf Tage lang bei 40 Grad Umluft gegrillt. Und jetzt machen wir hier noch den Rest im E39 sauber. Tom hilft mir da gerade ein bisschen und hat gerade noch den Sicherungskasten unter dem Beifahrersitz aufgemacht. Da ist auf jeden Fall auch noch Wasser drin in den Steckverbindungen und so weiter. Also Pinsel in die Hand einmal mit Alkohol einpinseln, um das Wasser zu verdrängen wieder. Dann noch den restlichen Staub rausreinigen und dann gucken wir mal, ob wir das Puzzlesystem hier wieder zusammen bekommen. Gut, Abfahrt. Das ganze Wasser hier im E39 muss eigentlich über diese Unterbodenstopfen reingelaufen sein, weil das stand gerade so bis zum Schweller im Wasser. Also es war noch nicht über der Türkante bei dem Auto. Das heißt, es muss eigentlich alles von unten durch diese Stopfen gekommen sein und dann hat sich der Teppich halt vollgesaugt. Aber besser, als wenn es von oben reinläuft. Für was hast du hier noch ein Inbus stecken? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Der geht durch die Dichtung vom... Ah! Für den Motorraum nach vorne. Ich weiß, warum der da steckt. Wir haben den da reingesteckt, damit wir das Kabel für meine Zusatzscheinwerfer durchziehen können. Und den Inbus suche ich schon voll lang. Und ich habe mich immer gefragt, wo der hin sein soll. Perfekt. Ah! 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 Bis zum nächsten Mal. Ich habe eine gute Nachricht, der 39 ist wieder komplett assembled, alles schön zusammengebaut, Sitze, Teppich, Mittelkonsole, alles wieder einwandfrei als wäre nichts gewesen und vor allem trocken, nur die Batterie ist halt leer, weil irgendein Dackel vergessen hat, die Innenraumbeleuchtung auszumachen, als er alle Türen offen gelassen hat. Ja, aber im Prinzip läuft er ja. Ich werde trotzdem sicherheitshalber mal noch einen Ölwechsel machen. Das machen wir aber dann im nächsten Video. An der Stelle cutten wir dieses Video jetzt mal zu Ende. Eins von zwei Autos ist wieder trocken und fahrbereit mehr oder weniger. Bei mir 36 wird es noch etwas mehr Arbeit, aber jetzt habe ich mein Daily wenigstens schon mal wieder zusammen hier. Wunderbar, das macht mich sehr glücklich. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Adieu. Seidenbacher-Hanföl. Hoi Scherle, das tut auch dir gut. Bio-Basisöl von Seidenbacher. Oh fuck, ich soll die Stecke erst durchziehen. Kennt noch jemand How to Basic? Ich bin zu leicht. Runter mit dir. Genau. Wow.